Ich hoffe, wir müssen das Ende ins Laufbahn. Jetzt geh ich noch ein bisschen Hunger. Apropos Hunger? Kennst du die Ernst-Sutter AG und ihre feinen Seiten, Robi? Nein, das sagt mir gar nichts. Hey, wir sind in Pfalz Projekteam, die für die Ernst-Sutter AG eine Bekanntheits- und Imageanalyse gemacht haben. Und wir haben folgende Vorschläge gebracht. Erstens, die Regionalität in den Köpfen der Kundschaft verankern. Beispielsweise mit einer Sponsoring eines lokalen Schwingers. Zweitens, die Nachhaltigkeit erlebbarer machen. Drittens, die Zielgruppe durch Generation Z zu erweitern. Wir freuen uns über deine Stimme! Woten Sie jetzt für das Team Nummer 1, Ernst-Sutter AG.